Hey Leute und willkommen zu einer Aufnahme vom 21.12.2014 und ja ihr seht schon, ihr fragt euch jetzt so, äh 2014 was ist los mit dir, das ist 2015. Ja richtig, aber diese Aufnahme ist vom 21.12.2014 und ihr seht schon, wir hatten 1265 Abonnenten und 134.870 Videoaufrufe und ja vor kurzem die 1000 Abonnenten geknackt, äh richtig, das Format habe ich, also diese Aktion habe ich bei Jam Let's Play gesehen, fand ich ziemlich cool, dachte ich, mehr muss ich auch machen, ein paar Projekte waren da bei uns, PVP Adventskalender, Bad Wars natürlich, war damals ziemlich krass, ähm, also ist gerade ziemlich krass, denn hier unser beliebtes Video ist auch Bad Wars Part 2 mit 34.526 Aufrufen, mal gucken, ob sich da was verändert hat in der Zukunft, diese Zahlen sind natürlich für mich besonders interessant und für Tobi und Flori und ähm, ja was haben wir noch, ähm, ja also unser Kanal Trailer, dann gehe ich jetzt einmal kurz auf Twitter, jetzt habe ich mich vertippt, ich wollte natürlich nach Twitter, so, mach, danke, Twitter und ähm, ja falls ihr in Facecam sieht gerade scheiß aus, ist schon ziemlich spät, aber ich wollte sowas einfach mit Facecam machen. So, ihr seht schon, 13 Follower, also erstmal gestern, vor einem Jahr, war der 20.12.2014 und so sozusagen die kleine Dezember-Revolution von Ungespielt, denn er hat seine beiden Kanäle Ungespielt und Ungefilmt geschlossen und sich über das Netzwerk Mediakraft halt aufgeregt und seinen wutfreien Lauf gelassen und ähm, das seht ihr schon, Adi hat da auch mitgemischt und, ja, das war sozusagen diese kleine Dezember-Revolution, äh, genau vor einem Tag und einem Jahr, am 20.12.2014, mal gucken, wer sich da 2015 noch so alles dran erinnert, ähm, wird dann ja auf jeden Fall hiermit wieder neu aufgegriffen und ähm, ja, da ist Twitter auch gestern den ganzen Tag mit abgegangen und auch YouTube und auch die ganzen Nachrichten, also ihr seht schon 13 Follower, damals 258 Tweets, da bin ich mal gespannt, wie sich das verändert hat, ähm, und die Trends, Hashtag Freiheit, das war der Trend von Ungespielt zu Ungespielt zu neuem Kanal, youtube.com slash unge, da seht ihr schon, Simon Unge und Mediakraft Network sind damit in dieser, in diesem Hashtag Freiheit und, ähm, ja, das war diese Dezember-Revolution, dieser Streit zwischen Ungespielt und, ähm, Mediakraft, wozu ich ja auch ein Video gemacht habe, und werdet ihr jetzt gleich übrigens auch nochmal sehen, wie das hochgeht, glaube ich, da ist, äh, Simon Ungespielt, neuer Kanal, ähm, ja, ziemlich krasse Sache, fetten Respekt nochmal an Simon, und, ähm, ja, das ist unser Kanal, unser schöner alter Kanal, da seht ihr auch das Design noch von Merbi, mal gucken, ob sich das verändert hat, bin hier auch mal ziemlich gespannt drauf, auf jeden Fall, ja, und da ist das Video unge, das werde ich natürlich unbenennen, und, ähm, noch 170 Minuten dauert's, dann wird es auch direkt öffentlich gestellt, ja, so sieht das aus, und, ja, in einem Jahr werdet ihr dieses Video sehen, und, ich bin gespannt, was ihr darauf, äh, was ihr dann dazu sagt, also, würde ich sagen, bis in einem Jahr, Leute, bis zu diesem Video, aber wir sehen uns ja auch schon morgen wieder, Gott sei Dank, aber in einem Jahr werdet ihr das hier sehen, und ich werde das sehen, und ich werde meine Reaktion dazu sehen, also, Leute, wir sehen uns beim Morgen wieder, haut rein, und ciao!